In diesem Teil meines Crashkurses möchte ich zeigen, wo die Aufzeichnungen deiner Besprechungen im Microsoft Stream landen und welche Einstellungen du in Stream treffen kannst. Dieses Video ist allerdings keine vollständige Einführung in Stream. Es soll nur zeigen, welche Einstellungen du beispielsweise bei Besprechungsaufzeichnungen treffen kannst. Du siehst hier den Kanal allgemein meines Schulungsteams Crashkurs. Hier wurde eine Besprechung aufgezeichnet. Klicke ich nun auf das Drei-Punkte-Menü, bekomme ich nun den Auswahlpunkt in Microsoft Stream öffnen. Sobald ich darauf klicke, öffnet sich ein neues Tab und ich kann im Microsoft Stream dieses Video ansehen. Hier wurde nun die Besprechungsaufzeichnung direkt in Stream geladen. Du siehst hier den Namen der Besprechung, wann diese veröffentlicht wurde und auch von wem sie veröffentlicht wurde, in dem Fall von mir. Hier unten findest du wieder das Drei-Punkte-Menü. Klickst du darauf, bekommst du verschiedenste Optionen. Du kannst dir zum Beispiel mit dem Video verknüpfte Gruppen und Kanäle ansehen, kannst das Video einer anderen Gruppe oder einem anderen Kanal hinzufügen, kannst die Videodetails bearbeiten, kannst das Video schneiden, kannst das Video ersetzen, kannst das Video löschen und kannst das Video herunterladen. Klicke ich auf Verknüpfte Gruppen und Kanäle, sehe ich nun, dass dieses Video mit meinem Schulungsteam Crashkurs verknüpft wurde. Mit dem Menüpunkt zu Gruppenkanäle hinzufügen, könntest du nun noch eine zusätzliche Gruppe auswählen, zum Beispiel hier eine Gruppe unverbindliche Übung und somit hätte auch diese Gruppe dann Zugriff auf dieses Video. Mit dem Menüpunkt Videodetails aktualisieren, kommst du nun zu den Einstellungen. Du kannst hier den Namen deines Videos noch ändern, kannst eine Beschreibung hinzufügen, kannst ein Vorschaubild auswählen oder mit dem Plus ein Vorschaubild hochladen und auch die Videosprache wählen, in meinem Fall nun Deutsch. Sobald du die Videosprache festgelegt hast, wird am rechten Rand ein Menüpunkt aktiviert und zwar werden nun automatisch Untertitel für Hörgeschädigte generiert und sind somit auch abrufbar. Im mittleren Bereich bei den Berechtigungen siehst du nun, dass ich der Besitzer dieses Videos bin und dass mein Schulungsteam Crashkurs das Recht hat, das Video anzuzeigen. Es ist allerdings nicht der Besitzer und kann das Video auch nicht ändern. In diesem mittleren Bereich Berechtigungen gibt es noch einen etwas heiklen Punkt und zwar jede Person in ihrem Unternehmen die Anzeige dieses Videos gestatten. Ist dieser Punkt ausgewählt, hätte jede Person in deinem Unternehmen bzw. jede Person in deiner Schule, also in deinem Schultenant, die Möglichkeit, dein Video abzurufen. Mit einem Klick auf Ermitteln werden dann alle Videos angezeigt, die in den Einstellungen das Anzeigen im Unternehmen gestatten. Möchtest du also unterbinden, dass jemand anderes als die freigegebenen Personen das Video sehen, musst du hier wirklich darauf achten, dass dieses Häkchen deaktiviert ist. Bist du mit den Einstellungen nun zufrieden, klickst du auf Anwenden und die Einstellungen werden auf das Video angewandt. Im Drei-Punkte-Menü gibt es dann auch noch den Punkt Video schneiden. Wenn du Video schneiden wählst, bekommst du nun eine rudimentäre Videobearbeitungsfunktion und kannst so beispielsweise den Beginn oder auch das Ende deines Videos kürzen und somit eventuell störende Gespräche zu Beginn oder zu Ende des Videos entfernen. Ich klicke hier allerdings nun auf Abbrechen. Dann gibt es im Drei-Punkte-Menü noch den Punkt Video ersetzen. Bei Video ersetzen gibt es nun im Gegensatz zu YouTube die Möglichkeit, dass du ein neues Video hier hochlädst und das Originalvideo wird somit gelöscht und durch das neue Video ersetzt. Der Vorteil von Video ersetzen ist, dass das neue Video dann unter der gleichen Adresse erreichbar ist wie das alte Video. Wenn es sich nun zum Beispiel um eine Besprechungsaufzeichnung handeln würde, könntest du das neue Video auch hier dann bei der Besprechungsaufzeichnung abrufen. Der letzte Punkt, den ich dir im Drei-Punkte-Menü noch zeigen möchte, ist Video herunterladen. Mit Video herunterladen kannst du dir nun deine Besprechungsaufzeichnung herunterladen und lokal auf deinem Gerät speichern. Klickst du im Menü nun auf den Punkt Meine Inhalte und Videos, bekommst du eine Übersicht über alle deine Videos, die bereits im Microsoft-Stream hinterlegt sind. Hier kannst du für jedes Video nun überprüfen, indem du auf das Bleistift-Symbol klickst, für wen dieses Video beispielsweise freigegeben ist. Noch einmal zur Erinnerung, wenn dieses Häkelchen angehakt ist, hätte jede Person in deinem Unternehmen bzw. deiner Schule die Möglichkeit, dein Video anzusehen. Ich hoffe, dieser kleine Exkurs im Microsoft-Stream hat dir geholfen, die Einstellungen für deine Besprechungsaufzeichnungen noch individueller treffen zu können.